Fabel wartete etwa zwei Stunden in seinem Auto, und dann sah er sie kommen, die Kinder. Einzeln und in Gruppen, mit bunten Tüten, blitzenden Schuhen und ängstlichen Augen, stolz auf dem Weg nach Hause. Alle diese kleinen Mutigen, die ihr Leben vor sich hatten, die eines Tages neunzehn Jahre alt und keine Kinder mehr sein würden, und alle kamen sie mit ihren Müttern. Bei diesem Anblick durchfuhr es Fabel. Daran hätte er denken und Maria darauf vorbereiten müssen. Irgendwann, das wusste er jetzt, würden sie beide um Clara Schuster nicht mehr herumkommen, wahrscheinlich lange vor dem Gehen und Sprechen lernen. Ganz zuletzt kam Maria, ohne geputzte Schuhe, und winkte mit einem Lolli. Fabel wusste nicht, was er sagen sollte. Während der Fahrt fiel kein einziges Wort. Zu Hause fragte er, »Möchtest du etwas haben, Maria? Wünschst du dir etwas?« »Ich brauche nichts. Ich hab doch den Lolli.« »Von wem?« »Eine Mutter hat ihn mir geschenkt.« Am Nachmittag war Maria nicht aufzufinden. Fabel malte, was er sonst noch nie getan hatte, denn er hasste Basteleien für Kinder, einen Clown mit spitzen Hut auf ein Stück Karton, schnitt ihn aus und ließ ihn dann an einem Pappstiel befestigt, in einem leeren Zirkus auftreten und wieder verschwinden. Den Zirkus hatte er auf eine Leinwand gemalt, in die er einen Schlitz geschnitten hatte. Als es draußen anfing, dunkel zu werden, kam Maria endlich herein. Fabel drehte sich im Sitzen um und sagte, »Guck mal, für dich.« »Hilte dir das, er hat zu sein, dass er sich, wstüge, wenn man ihn nicht nur noch nicht verraten hat, wenn man ihn wieder befestigt,